Für richtig schwere Stahlbauteile und Schweißbaugruppen ist Dulasta in den Niederlanden eine der ersten Adressen. Erst wenn ohne Schwerlastkran nichts mehr geht, schlägt die Stunde von Hahn Dunnig. Für maximale betriebswirtschaftliche Effizienz kümmern sich seit 2017 das ERP-System RIDA-IQ und das WICAM PN 4000 von der Angebotsphase bis zur Auslieferung um Preisgestaltung, Teilprogrammierung, Nesting und Logistik. Als sich das Unternehmen vor zwei Jahren strukturell neu aufgestellt hat, ging es vor allem um Verschlankung in den Bereichen Angebotserstellung, Arbeitsvorbereitung und Verwaltung. Hahn Dunnig. Wir hatten ein Zeitfenster von drei Monaten für die Einführung des neuen ERP-Systems. Unser bisheriges CAD-CAM-System konnte für die ERP-Integration nur Individualanpassungen anbieten, sodass wir Versuchsanwender geworden wären. WICAM hat mit dem PN 4000 in allen relevanten Bereichen fertige Lösungen geliefert. Damit konnten wir von Anfang an durchstarten. In der Angebotsphase kommuniziert das PN 4000 mit dem ERP-System vollautomatisch. Die Kunden erhalten so exakte Preise und mögliche Liefertermine innerhalb von Sekunden. Bei Auftragsauslösung werden die Bauteile optimal auf die verschiedenen Maschinen verteilt. Für maximale Flexibilität erfolgt das finale Nesting erst wenige Minuten vor dem Schneidvorgang. Besonderheiten wie das Phasenschneiden, gemeinsame Trennschnitte und Teilkennzeichnung sind fester Bestandteil der automatischen Programmierkette. Die Programmierung erfolgt herstellerunabhängig, sodass auch der Wechsel von Maschinen- und Schneidtechnologie keine Zeitverzögerung bedeutet. Unmittelbar nach Produktion der Teile übermittelt PN 4000 die Echtzeitdaten zur Freigabe der weiteren Produktionsschritte und zur Nachkalkulation an das ERP-System. Hamdunning, die Lösungen von WICAM haben unsere Erwartungen voll erfüllt. Wir sind heute in der Lage, fast beliebig hohe Auftragseingänge spielerisch zu planen und effizient abzuwickeln. Für die Zukunft haben wir damit alle Möglichkeiten für weiteres Wachstum mit unseren Kunden und die flexible Anpassung an die Bedürfnisse der Märkte von morgen. Wisch مس Wisch Untertitelung des ZDF, 2020